Ihr habt euch eine Einhorntorte gewünscht, also habe ich ein Einhorn gebacken. Natürlich kunterbunt in lila, türkis, gelb und pink. Mit viel Glitzer, eben wie so eine richtig schöne Mädchentorte sein muss. Dafür habe ich zum ersten Mal eine Motivtorte nicht mit Fondant, sondern nur mit Buttercreme dekoriert. Um es vorwegzunehmen, ich glaube nicht, dass ich das nochmal machen werde. Warum, erkläre ich euch später im Video. Außerdem habe ich zum ersten Mal eine kleine bunte Überraschung in dem Kuchen eingebacken. So ist das Einhorn nicht nur von außen bunt, sondern auch von innen. Die Idee dazu habe ich vom sogenannten Polkadot Cake abgekupfert. Den Link dazu findet ihr unten in der Infobox. Die Rezepte für den Kuchen und auch die Creme findet ihr wie immer auf Ofenkieker. Dort gibt es auch viele weitere Ideen für Motivtorten und andere leckere Süßigkeiten. Ich freue mich auf euren Besuch. Für den Kuchen habe ich die doppelte Menge meines White Cakes gemacht. Das Rezept verlinke ich euch unten in der Infobox. Von dem Teig habe ich ca. 600 Gramm abgenommen und auf vier Portionen verteilt. Diese habe ich dann in Türkis, Lila, Pink und Gelb eingefärbt, wofür ich die Rainbow Dust Pro Gels und etwas Flieder von Sugarflair benutzt habe. Für die bunte Überraschung im Kuchen verwende ich die Cakeball Silikonform von Birkmann. Darin bereite ich im Prinzip gebackene, runde Küchenlein zu, die dann im weißen Kuchenteig versenkt werden. Bei 3D-Kuchen wie diesem Einhorn muss die Form ja ausgeschnitten werden. Daher bleiben immer reichlich Kuchenreste übrig. Um das auf das Minimum zu reduzieren, benutze ich die Free Bake Form von Silikomat. Das ist ein langer Silikonstreifen, der mit Hilfe von Magneten völlig frei auf dem Backblech geklebt werden kann. Die Form wurde mir von Silikomat kostenlos zur Verfügung gestellt, wofür ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken möchte. Ich kann euch schon mal verraten, dass ich wirklich sehr begeistert von der Form bin. Wenn ihr diese Form nicht habt, könnt ihr natürlich auch einfach einen rechteckigen Kuchen backen. Dann habt ihr aber natürlich mehr Reste und braucht auch deutlich mehr Teig. Außerdem habe ich mir ein Einhorn als Vorlage gemalt. Diese könnt ihr auf Ofenkiker runterladen. Ihr findet dort einmal das Originalbild und einmal eine gespiegelte Version. Beide werden für diese Torte gebraucht. Als erstes backe ich die kunterbunten Cake Balls. Wem dieser Schritt zu aufwendig ist, kann sich das natürlich sparen und einfach ein einfarbiges Einhorn backen. Dafür habe ich den bunten Teig jeweils in einen Einmalspritzbeutel gefüllt. Damit spritze ich die Mulden der Silikonform bis zum Rand voll. Macht lieber noch einen kleinen Haufen darauf, als die Mulden zu wenig zu füllen, damit die Kugeln später auch richtig schön rund werden. Wie bei allen Silikonformen sollte die Form übrigens nicht eingefettet werden. Dann setze ich den Deckel auf. Bei dieser Form gibt es so sechs Knüpsel, die in den unteren Teil der Form greifen. Diese müssen fest angedrückt werden. Ich backe die Cake Balls dann für etwa 12 bis 15 Minuten bei 160 Grad Umluft. Anschließend löse ich vorsichtig den Deckel. Es kann sein, dass durch die kleinen Löchlein im Deckel auch ein bisschen Teig herausgequollen ist. Diesen kann man einfach abbrechen. Wenn der Deckel dann weg ist, sollte man den übergelaufenen Teig in der Form entfernen. Anschließend löse ich die Cake Balls aus der Form. Mit einem Teelöffel geht das ganz gut. Frisch gebacken sind sie noch sehr weich. Es kann also Sinn machen, die Cake Balls wenigstens 10 bis 15 Minuten abkühlen zu lassen. Um den Äquator der Cake Balls bleibt leicht ein kleiner Rand stehen. Diesen entferne ich mit einem scharfen Messer. So backe ich insgesamt ca. 40 bunte Cake Balls in vier verschiedenen Farben. Als nächstes backe ich dann den Kuchen für das Einhorn. Dafür habe ich mir die Vorlage für das Einhorn ausgedruckt und unter ein Stück Backpapier auf mein Backblech gelegt. Dann bilde ich die Konturen mit dem Silikonstreifen nach. Da alle Kuchen beim Backen etwas schrumpfen und ich mit dem Streifen auch nicht jede kleine Ecke exakt nachbilden kann, lege ich den Streifen etwa 2-3 cm weiter außerhalb der Kontur. Dank der Magnete im Streifen hält dieser bombenfest auf dem Blech, vorausgesetzt natürlich das Blech ist magnetisch. Ich beginne also unten mit dem festen Ende und bilde erstmal den geraden Abschluss nach. Dann folge ich grob den Konturen. Ich rücke nun den Streifen etwas zurecht, bilde einige Kurven besser nach und rücke ihn teilweise noch etwas näher an die Vorlage heran. So reicht der Streifen dann gerade gut rund um das Einhorn. Das andere Ende des Freebake-Streifens ist deutlich dünner und flexibler. Dieser sollte mit dem Anfang des Streifens überlappen, um so eine geschlossene Form zu erzeugen. Da die Magnete wirklich unglaublich stark sind, kriegt man die Vorlage nicht mehr wirklich unter der Form heraus. Ich habe es versucht und bin kläglich gescheitert. Aber das macht doch nichts, das Papier kann einfach mitgebacken werden. Ich fülle nun etwa ein Drittel bis die Hälfte des Teiges in die Form. Durch die Magnete wird der Silikonstreifen so gut am Blech gehalten, dass er absolut dicht ist und sich auch nicht verformt. Ich muss sagen, dieses Prinzip finde ich wirklich genial. Dann verteile ich die Cakeballs auf dem Teig. Dabei lege ich die rein, damit bei meinem Anschneiden die Kugeln möglichst schön trifft. Die Farben wechsle ich allerdings einfach zufällig ab, damit der Kuchen einfach wunderbar bunt wird. Als nächstes gebe ich den restlichen Teig darüber. Wichtig ist, dass alle Cakeballs gut bedeckt sind. Durch den frischen, feuchten Teig werden die bereits gebackenen Cakeballs übrigens feucht gehalten. Ihr müsst also keine Angst haben, dass der Kuchen trocken wird. Dann backe ich den Kuchen für 50 bis 60 Minuten bei 160 Grad Umluft. Ihr seht, ich habe nach einer Weile Alufolie über den Kuchen gelegt, da mir die Oberfläche etwas zu dunkel geworden ist. Mit einem Holzstäbchen teste ich zwischen den Kugeln, ob der Kuchen gar ist. Bleiben keine Krümel hängen, ist er durchgebacken. Die Kugeln sind beim Backen etwas nach oben gestiegen und der Kuchen ist dadurch uneben. Daher lege ich nun ein feuchtes Tuch auf den heißen Kuchen und drücke die Cakeballs wieder etwas runter. Diese Methode finde ich eigentlich nicht so optimal, da dadurch natürlich der eigentlich lockere Kuchen komprimiert wird. Aber bei diesem Kuchen möchte ich so wenig wie möglich abschneiden, um das bunte Muster im Inneren zu erhalten. Ich entferne nun den Silikonstreifen, was total problemlos ist. Ich muss sagen, ich bin von der Form begeistert. Sie ist absolut dicht, lässt sich einfach verwenden und ermöglicht ganz neue Kuchenformen. Beachten sollte man nur, dass sich hauptsächlich Rundungen, aber keine spitzen Ecken legen lassen. Auch allzu feine Details sind nicht möglich. Bei 3D-Torten ist ein bisschen Schnitzen also immer noch nötig. Ich würde auch denken, dass dieser Streifen nun wirklich nicht alle Backformen ersetzen kann. Dafür kann man einfach nicht detailliert genug die Form legen. Aber wer oft 3D-Torten backt, wird sich über die Form freuen. Durch den Free-Bake-Streifen lassen sich bei den geschnitzten Kuchen wie diesem Teig einsparen und man hat weniger Reste. Den Kuchen lasse ich dann vollständig auskühlen. Am besten lässt man ihn über Nacht im Kühlschrank, dann lässt er sich am nächsten Tag deutlich besser schnitzen. Mit einem langen Sägemesser begradige ich nun die Oberfläche etwas. Das mache ich aber nur ganz sparsam, damit die Kugeln im Inneren möglichst gut erhalten bleiben. Dann drehe ich den Kuchen um, sodass die glatte Seite oben und die bunten Kugeln unten sind. Von nun an arbeite ich mit der spiegelverkehrten Version des Einhorns. Ich lege die Vorlage auf den Kuchen und befestige sie mit Zahnstochern. Bei mir passt es nicht mehr ganz perfekt, weil ich mit viel Gewalt versucht habe, die Vorlage unter der Backform herauszuziehen. Dabei habe ich anscheinend die Konturen etwas verrückt. Jedenfalls schneide ich nun mit einem scharfen Messer einmal rings um das Einhorn. Wichtig ist, dass das Messer ganz senkrecht gehalten wird. Dann schneide ich die untere Kante gerade ab. Für einen schönen 3D-Effekt muss das linke Ohr etwas mehr hervorstehen und das rechte Ohr zurücktreten. Ebenso sollte das Gesicht höher liegen wie der Hals. Daher schneide ich nun das Gesicht aus und befestige es wieder mit Zahnstochern auf dem Kuchen. Mit einem Messer schneide ich nun wieder senkrecht um die Kontur rundherum. Dabei schneide ich gut 1 cm tief. Im unteren Bereich bei der Schnauze schneide ich ca. 2 cm tief, da der Hals hier noch tiefer liegt. Dann halte ich das Messer flach und schneide den Hals frei. Dabei schneide ich leicht schräg, sodass der untere Teil tiefer liegt wie der obere Teil. Das klingt jetzt wahnsinnig kompliziert und schwierig, aber eigentlich ist das nicht so wild. Wenn ihr euch unsicher seid, schneidet in kleinen Portionen immer wieder etwas weg, dann wird es schon. Mit einem kleinen Sägemesser runde ich nun die Kanten ab. Dann schneide ich das rechte Ohr aus und befestige es wieder auf dem Kuchen. Wie schon beim Hals entferne ich hier einen Keil, damit es tiefer zu liegen kommt. Diesen Teil lege ich dann auf das linke Ohr, um es etwas zu erhöhen. Als nächstes runde ich das Gesicht ab. Die Stirn und die Schnauze vorn muss relativ stark abgerundet werden, die Konturen seitlich nur ein bisschen. Ich schneide nun das Auge aus der Vorlage heraus. Dann lege ich das Gesicht ohne das Auge wieder auf den Kuchen und markiere mit einem Messer die Augenhöhle. Mit einem kleinen Löffel hülle ich diese etwas aus. Wer möchte, kann nur noch ein paar Feinarbeiten vornehmen. Ich puzzle etwas Kuchen im Stirnbereich, an der Schnauze und seitlich am Gesicht an. Dabei ist es wichtig, dass keine scharfen, harten Kanten entstehen. Daher sollten die Stücke immer sorgfältig abgeschrägt und abgerundet werden. Dann geht es an die erste Schicht Buttercreme, dem sogenannten Crumbcoat. Dieser bindet die Krümel, damit sie später nicht in die endgültige Schicht Buttercreme gelangen. Dafür habe ich hier nun meinen Kuchen auf dem Cakeboard, außerdem zwei kleine Paletten und natürlich die Buttercreme. Ich verwende hier ein Cream Cheese Frosting, was überkrustet, also im Prinzip wie eine amerikanische Buttercreme ist. Das würde ich auch euch für diesen Kuchen empfehlen, ein überkrustendes Frosting zu wählen, weil das später leichter geglättet werden kann, das seht ihr dann noch in dem Video. Mit einer Palette verteile ich nun dünn die Buttercreme auf dem Kuchen. Dabei klebe ich lose Teile an und arbeite ansonsten die Creme gut in die Poren des Kuchens. Diese Schicht soll nur dünn sein und muss nicht perfekt glatt werden. Mit einer kleineren Palette arbeite ich nun die Konturen, Mulden und Ecken nach. Diese sollten schließlich erhalten bleiben. Entfernte Creme sammle ich in einer Extraschüssel, damit die krümelige Buttercreme nicht zu meiner schönen, sauberen Creme gelangt. Anschließend stelle ich den Kuchen ca. eine Stunde kalt, damit er wieder schön fest wird. Nun geht es mit der eigentlichen Dekoration weiter. Der Kuchen sollte dafür sich trocken anfühlen und nicht mehr klebrig sein. Für die eigentliche Dekoration der Torte färbe ich Buttercreme wieder in Türkis, Gelb, Lila und Pink ein. Ich brauche außerdem eine kleine Palette und natürlich reichlich Buttercreme. Wie schon gesagt, für so eine Torte empfiehlt es sich eine überkrustende amerikanische Buttercreme zu nehmen, da man diese eben einfach glätten kann und sie wenigstens einigermaßen unempfindlich gegen versehentliche Berührungen ist. Ich habe mich hier für eine Variante mit Frischkäse entschieden, weil das nicht so extrem süß ist und schön weiß wird. Zum Glätten brauche ich dann ein paar glatte Kosmetiktücher. Das klingt jetzt erstmal seltsam, ist aber tatsächlich der Trick an der ganzen Geschichte, um Buttercreme ähnlich wie Fondant aussehen zu lassen. Wie gesagt, das funktioniert nur bei überkrustender Buttercreme vernünftig. Ich trage nun erstmal grob überall Creme auf. Dann arbeite ich die Konturen heraus und glätte die Creme so einigermaßen. Die Mähne wird später den Hals und die Stirn verdecken, dort kann die Buttercreme ruhig dünn aufgetragen werden. Im Gesicht allerdings muss sie so dick sein, dass kein Kuchen durchscheint. Insgesamt versuche ich allerdings, die Creme so dünn wie möglich zu halten, damit der Kuchen nicht zu süß wird. Wie man sieht, dauert das seine Zeit. Ich habe bei YouTube viele Anleitungen für Buttercreme-Motivtorten gesehen. CakeStyle macht neben Fondant-Torten einige wirklich schöne Buttercreme-Torten, ebenso der Icing Artist. Bei Liz Larsen findet ihr diverse Torten ausschließlich mit Buttercreme dekoriert. Man glaubt teilweise kaum, dass wirklich keinerlei Fondant verwendet wird. Jedenfalls habe ich angeregt durch diese Videos gedacht, dass ich das auch mal probieren möchte. Ich glaube aber, allzu viele Torten werde ich so nicht machen. Zum einen kostet es enorm viel Zeit, die Buttercreme wirklich glatt zu bekommen. Jede kleine unabsichtliche Berührung macht wieder Kerben und Dellen in die Creme und man muss dort wieder glätten. Ganz perfekt glatt wurde sie bei mir sowieso nicht. Zum anderen ist zumindest die überkrustende amerikanische Buttercreme ebenso süß wie Fondant. Geschmacklich ist das jetzt also nicht so die Verbesserung. Und schließlich lässt sich Fondant aus meiner Sicht besser handeln. Man kann ihn ausschneiden, ausstechen und einfach mit den Fingern anfassen. Das Geschmieren mit der Buttercreme hat mich wirklich genervt. Ich denke, mit Fondant wäre diese Torte viel schneller fertig gewesen und viel schöner geworden. Wie dem auch sei, ich lasse die Torte nun etwa 30 Minuten im Kühlschrank überkrusten. Meine Frischkäsebuttercreme braucht relativ lange. Bei der normalen amerikanischen Buttercreme sollte es schneller gehen und vielleicht sogar bei Zimmertemperatur möglich sein, wenn es nicht gerade sommerlich heiß ist. Jedenfalls sollte die Oberfläche sich für den nächsten Schritt nicht mehr klebrig anfühlen. Nun lege ich ein Kosmetiktuch auf die Creme und reibe vorsichtig mit den Fingern darüber. So glätte ich nach und nach die gesamte Oberfläche. Ich habe das dummerweise an einem der wärmsten Sommertage hier im Norden gemacht, daher musste ich die Torte zwischendurch immer wieder in den Kühlschrank stellen. Ihr könnt euch vorstellen, dass das nicht gerade zu meiner Lust zu dieser Torte beigetragen hat. Dennoch funktioniert diese Methode erstaunlich gut und mit Geduld bekommt man tatsächlich eine schöne glatte Oberfläche. Vielleicht nicht ganz so perfekt seidig wie bei Fondant, aber doch sehr ähnlich. Achtet aber immer darauf, nicht zufällig irgendwo in die Buttercreme zu tatschen oder Falten im Kosmetiktuch zu haben. Dann ist das mit der glatten Oberfläche ganz schnell vorbei. Um das Einhorn nun weiter zu verzieren, habe ich mir die restliche Buttercreme in Schwarz, Gelb, Türkis, Lila und Pink eingefärbt. Außerdem habe ich Glitzerzucker in verschiedenen Farben bereitgelegt. Für das Horn verwende ich eine Eiswaffel und etwas weiße Schokolade. Zum Verzieren habe ich Glitzerzucker in Silber zusammen mit Türkisenperlen oder Glitzerzucker in Gold zusammen mit Rosaperlen bereitgestellt. Zuckerrichtig konnte ich mich bisher noch nicht entscheiden, welche der beiden Farbkombinationen ich dann später machen möchte. Für die Mähne trage ich nun mit Hilfe eines Spritzbeutels die bunte Buttercreme in Strähnen auf. Dabei spritze ich im Prinzip lange schmale Dreiecke, die sich mal in die eine, mal in die andere Richtung biegen. Die Buttercreme streiche ich mit einer kleinen Palette grob glatt. Zwischen den verschiedenen Farben muss sie natürlich immer wieder gereinigt werden. Auf einige Strähnen streue ich per farblich passenden Glitzerzucker. Mit einem Zahnstocher deute ich dann die Haarsträhnen an. So wirkt die Mähne lebendiger und man kann kleine Fehler schön kaschieren. Mit Schwarz spritze ich dann das Auge auf. Im Nachhinein habe ich mich geärgert, dass ich die Linien so dick gemacht habe. Ich würde euch empfehlen, nicht so wie ich nur einen aufgeschnittenen Spritzbeutel zu verwenden, sondern eine Tülle zum Beispiel mit Nummer 2 Größe. Mit einem Zahnstocher ziehe ich die Wimpern noch etwas spitzer und geschwungener. Dann trage ich zwei weiße Buttercreme-Punkte als Lichtreflektionen auf. Dadurch wirkt das Eichenhorn gleich viel lebendiger. Zum Schluss füge ich noch ein paar Details wie die Nüstern und den Mund hinzu. Das ritze bzw. kerbe ich einfach mit einem Zahnstocher oder der Palette in die Buttercreme. Nun fehlt noch das Wichtigste, das Horn. Ich habe mich mittlerweile für die Silber-Türkise-Variante entschieden. Als erstes breche ich die Eiswaffel etwas kleiner, damit sie besser zum Einhorn passt. Dann schmelze ich die weiße Schokolade und streiche diese auf die Waffel. Nun wird es etwas schmierig. Ich bestreue die Waffel mit dem Glitzerzucker. Später wende ich sie in den restlichen Zucker. Im Endergebnis soll die Waffel jedenfalls komplett mit Zucker bedeckt sein. Zum Schluss klebe ich die kleinen Perlen als Spirale rings um das Horn. Meist hat man Glück und die Schokolade klebt noch ausreichend. Falls nicht, muss man die Perlen in etwas geschmolzene Schokolade tauchen und dann damit an das Horn kleben. Dieser Teil ist auf jeden Fall recht zeitaufwendig. Wenn ihr es eilig habt, solltet ihr euch das mit den Perlen sparen. Für das Cakeboard brauche ich ca. 400 Gramm pinken Fondant sowie etwas pinkes Glitzerschleifenband. Ich verwende dafür ganz gerne Masking Tape, da das bereits klebt. Außerdem habe ich meinen großen Ausrollstab bereits gelegt. Ich möchte das Cakeboard zusätzlich noch mit einigen Schmetterlingen verzieren. Dafür brauche ich einen kleinen Rest weiße Blütenpaste. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch Fondant nehmen. Das braucht dann aber deutlich länger zum Trocknen. Ich brauche außerdem meinen kleinen Ausrollstab und natürlich passende Schmetterlingsausstecher. Um den Schmetterlingen eine hübsche dreidimensionale Form zu geben, habe ich noch ein Stück gefaltetes Papier bereitgelegt. Details werde ich mit einem blauen Lebensmittelstift aufmalen. Ich beginne damit, die Schmetterlinge auszustechen. Dafür rolle ich die Blütenpaste ca. 1 mm dünn aus und steche dann die Schmetterlinge aus. Mit den Fingern säubere ich die Kanten, damit die Ränder schön glatt werden. Die Schmetterlinge lege ich dann auf ein Stück Papier. So lasse ich sie ein paar Stunden besser über Nacht trocknen. Es macht also Sinn, mit den Schmetterlingen anzufangen. Einige Schmetterlinge lasse ich flach trocknen. Dann rolle ich den pinken Fondant für das Cakeboard aus. Ich schneide die Mitte ein und lege den Fondant dann rings um das Einhorn. Dabei schiebe ich den Fondant fast schon etwas unter den Kuchen, damit ein sauberer Abschluss entsteht. Bei den Ohren musste ich den Fondant leider teilen. Die Naht habe ich später mit einem Schmetterling kaschiert. Mit etwas restlicher Buttercreme füge ich noch ein paar zusätzliche Strähnen für die Mähne hinzu, damit das Einhorn sich einfach besser in das Cakeboard einfügt. Dann drücke ich das Hirn in den Stirnbereich in die Buttercreme. Als nächstes verteile ich die Schmetterlinge auf dem Cakeboard. Ich male mit dem blauen Lebensmittelstift einen Körper auf und klebe die Schmetterlinge dann einfach mit etwas Wasser auf den Fondant. Zum Schluss klebe ich nur noch der Steifenband rings um das Cakeboard, dann ist die kunterbunte Einhorn-Torte fertig. Auch wenn ich das Endergebnis wirklich schön märkchenhaft bunt finde, hat mich die Arbeit mit Buttercreme doch sehr genervt. Ich denke aber, ihr könnt diesen Kuchen auch fast genauso gut mit Fondant nacharbeiten. Oder ihr probiert es mal mit Buttercreme, mich würde dann total interessieren, was ihr davon haltet. Also, Buttercreme oder Fondant, was ist für euch für Motivtorten lieber?